ARD Text im Auftrag von Funk Oh mein Gott Steve war sofort klar, dass er nicht kampflos am Wesen vorbeikommen würde Ah! Jetzt ist es wieder die Taste Alten zum... Ach! Ich geb's auf Ah! Stirb! Stirb! Verdammt! Stirb! Ah! Verdammte Scheiße! Missgeburt! Heißt, Medizin ein Verband Und Waffe Nimm mir die Pumpgun jetzt Ja Umspeichern Feuer Nein! Ach Gott Ihr wollt mich doch verarschen Ja, komm Ah, dieses Wesen ist... Tot! Mit der Pumpgun ist ja leicht gewesen Ah, 10 Schuss verbraucht, egal Passt schon So, rein da Hey! Sind das die Cam Faults? Da steht Cam Fault! Ja! Wow! Okay Hier ist nicht weiter Wo landen wir jetzt? Ich war doch noch eben in einer Höhle Was ist das für ein Gebäude? Fliegende Köpfe stürzen sich Auf Steve Oh my god Speichern Drecksviecher Ihr sollt alle sterben Was haben wir hier? Die Lampen funktionieren anscheinend nicht Solange kein Licht da ist, gehe ich lieber nicht in den Raum Hm Da kommen wir her Abgeschlossen Oder kommen wir überhaupt zurück? Die Tür geht nicht mehr auf Gut Abgeschlossen Ah, noch so ein dunkler Raum Mechanismus gesichert Neee Ah, ein Hebel Äh Mechanismus gesichert Die da unten Unten ist die jetzt offen durch diesen Hebel Nein Welche Tür habe ich denn dadurch geöffnet? Kein Licht Abgeschlossen Hä Hä, was ist das? Vorschlaghammer! Oh, das klingt gut Auch abgeschlossen Da macht er gar nichts an der Tür Und die ist durch einen Mechanismus gesichert So So, speichern Abgeschlossen Und die geht auch Patronen gefunden Abgeschlossen Bill! Was machst du denn hier? Mir war kalt und dann bin ich ins Haus gegangen Warum läufst du immer weg? Wieso soll ich denn da auf dich aufpassen? Das brauchst du nicht, ich kann selbst auf mich aufpassen Ich habe mir meine Frau getroffen Meine Frau? Meinst du Amy? Nein, sie ist Laura Sie hat erzählt, dass du sie betrogen hast Das ist doch verrückt, ich war nicht verheiratet Sie muss mich mit jemandem verwechseln Du hast Schuld, dass sie tot ist Was? Sie ist doch gar nicht tot Du hast doch selbst erzählt, dass du sie eben getroffen hast Außerdem habe ich diese Frau vorher noch nie gesehen Du lügst! Du willst sie nur vergessen! Und lauf wieder weg Mach doch Hat er am Ende etwa recht? Kenne ich diese Laura wirklich? Weil er möchte mir diese Stadt nur weiß machen, dass ich sie kenne Abgeschlossen Warte mal hier Wieder kein Licht Näääääääääääääh Hier ist auch nichts Auch nichts Ah! Wesen? Geht kacken Ääh Erich brach Medizin, verdammt Nehme mal den Versorgungskoffer Daher ist der Kasten Hm, Taschenlampe gefunden. Ah, okay. Heißt, damit kann ich dann in diese Räume nach. Wo kein Licht ist. Medizin. Patron. Was ist das hier? Ach, eine Lampe, die nicht geht. Hm, in welchen Wohnen war ich jetzt? Wo es dunkel war? Ich hab schon wieder vergessen, wo es alles dunkel war. Hier auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ha, ein Hebel. Raus hier. Nichts. Da komm ich her. Da war auch nichts. Da auch nichts. Ha, perfekt. Patronen, Medizin. Raus hier. Ah, die Tür hat sich entriegelt. Oh je. Kisten-Ski-Bräte, wuhu. Die verfolgen mich auch überall. Hm. Schieben wir die mal nach da. Die nach da. Die nach da. Die nach da. Kommt die runter. Schieben wir die nach da. Die hoch. Da hin. Da hin. Die runter. Zack. Und da hin. Und die. Zack. Da hin. Und zack, die da hin. Oh, so schwer war das jetzt gar nicht. War es hier dunkel? Nein. Nein, hier gehe ich noch nicht hin. Nein. Speichern. Nein. Irgendwo war es hier dunkel. Ha. Das sieht doch. Ah, was haben wir hier. Ah, Flammenwerfer und Benzin. Wow. Ja, die ist gesichert durch den Mechanismus. Ähm, kurz speichern nochmal. Ein, zwei Minuten haben wir noch. Und auf geht's. Geht kackt, alle. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ein Titel. Der Lauf des Lebens. Auf dem Bild ist ein Baum ohne Wetter abgebildet. Unter dem Bild zum Schalter. Hey. Hä, passiert gar nichts? Dann kommt das. Dann. Nein. Ach, erstmal ohne Blätter. Nein. Das. Dann das. Dann das hier. Nein. Ah, ich bin doch zu doof dafür. So. Dann das. Dann eben jetzt das. Dann die roten Blätter. Und dann das. Zack. Kein Licht. Patronen und Medizin. Noch irgendwas? Okay. So. So. Zwei Türen, die durch den Mechanismus gesichert sind. Gibt es. Nehmen wir erstmal die hintere. Ob's da weiter geht jetzt. Nein. Dann die mittlere. Jetzt habe ich noch eine Minute. Jetzt habe ich noch eine Minute. Ah. Oh, ich habe die Zeit nicht mehr ganz richtig im Kopf. Dann muss es hier weiter gehen. Ah. Geht kacken. Oh. Oh, 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 oh. Medizin. Abgeschlossen. Ähm. Benzin auf jeden Fall. Und wir laufen jetzt. Die kann man bestimmt verschieben. Naja. Hm. Hat das sicher was mit diesem Licht hier zu tun. Weil es sind auch vier. Aber erstmal gehen wir speichern. Dann war's das mit dem Part für heute. Tadam. So, bis zum nächsten Mal. Ich bin R.M.K. Und hier nachschauen wir uns.